Herzlich Willkommen! Wir zeigen euch hier, wie ihr mit den Heften aus der Reihe Einfacher geht nicht, sehr schnell die ersten Weihnachtslieder spielen könnt. Das funktioniert sogar ohne Notenkenntnisse und macht nicht nur Kindern einen Riesenspaß. Als Beispiel nehmen wir das Lied Schneeflöckchen Weißröckchen aus dem Heft für das Bumbergersglockenspiel von Sonor. Auf jeder Notenseite befindet sich links oben eine Übersicht der Klangstäbe, die für das jeweilige Stück benötigt werden. Die Glockenspiele über den Noten zeigen die bunten Klangstäbe, die angeschlagen werden müssen. Ist die Melodie bekannt, so kann sie jetzt einfach sofort gespielt werden. Noch mehr Spaß macht es mit den Playalongs und den Instrumentalversionen. Dazu ist auf der letzten Seite eine beiliegende CD sowie Online-Links. Alle Lieder sind als Playalong im langsamen Tempo und als Instrumentalversionen, die sich auch zum Mitsingen eignen, enthalten. Wir gehen nun zum Link Audio-Tracks, scrollen zu den Playalongs und klicken auf das entsprechende Lied. Es erklingt zunächst ein kleines Intro und der Einsatz wird eingezählt. Musik Nun das Ganze mit der etwas schnelleren Instrumentalversion. Nach und nach kann man sich auch auf die Noten konzentrieren und lernt diese dabei auch einfach mit. Wir garantieren ein sehr schnelles Erfolgserlebnis und jede Menge Spaß beim Musizieren. Wem das noch nicht reicht, der findet auf den Seiten des Verlags jede Menge ergänzende Downloads wie E-Texte, Zweitstimmen, Klavierbegleitungen und so weiter. Schaut dazu auch in die Infobox und abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal.